Hallo Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal SaschasWanderblog. Heute nehme ich euch mal mit auf eine kleine Fototour. Die geht rund um den Wiesensee. Mal gucken, ob ich ein paar Vögel erwische und noch ein paar andere schöne Naturaufnahmen. Das ist mal was anderes. Ich hoffe ihr habt Interesse und bleibt dran. Jetzt bleibt mir nur noch euch viel Spaß zu wünschen und wir sehen uns. Bis später. Musik 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 Ja Leute, das war meine Fototour heute hier am Wiesensee. Ich hoffe es hat euch gefallen und ich überlege, ob ich das in Zukunft mehr öfters mache mit ein bisschen mehr Fotos. Das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Ich habe meine alte Kamera wieder ausgepackt und ja, schauen wir mal wie das so ankommt. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wo euch das gefallen hat und dann schaue ich mal, ob ich das öfters mache. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Bleibt gesund und wir sehen uns bald. Bis dann, frisch auf, euer Sascha. Ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020